Wenn jetzt nicht irgendwie ein Wunder geschieht und der Ukraine-Krieg plötzlich und abrupt aufhört, stoppt, weil man einen Waffenstillstand macht oder irgendeine Einigung erzielt, dann stehen wir vor einem gigantischen Inflationsschock, der so wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren noch nie dagewesen ist. Wahrscheinlich all das übertreffen wird, was wir in den 1970er Jahren gesehen haben. Und nicht zufällig reagieren die Aktienmärkte darauf nicht besonders erfreut. Vor allem der DAX, der jetzt offiziell per Schlusskurs in einem Bärenmarkt ist. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video zeigen und ein bisschen mal veranschaulichen, was mit diesem Inflationsschock gemeint ist. Wir haben zum Beispiel den Anstieg der Erdgaspreise. Allein das dürfte die Inflation in der Eurozone über 2% nach oben schießen lassen in den nächsten 3 bis 4 Monaten. Da sind dann zwei Grundeneffekte etwa mit dem Strompreis noch gar nicht mit einberechnet. Die ist nämlich auch massiv gestiegen. Wir haben heute einen Anstieg von 61% gehabt. Beim Gaspreis ist dann wieder ein bisschen runtergekommen. Aber es ist desaströs. Es ist kaum zu fassen. Es sind Charts wie teilweise bei Meme-Stocks oder wie bei Bitcoin im Jahr 2017. Also so in den besten, wir jubeln alles nach oben Zeiten. Nur hier ist da wirklich ein realer Hintergrund. Nämlich Knappheit von Rohstoffen, mindestens zumindest die Erwartung von Knappheit von Rohstoffen. Und hier sehen wir zum Beispiel mal, Edeka, Aldi und Rewe schmeißen Produkte, nämlich russische Produkte raus. Das ist jetzt nicht so ein Riesenfaktor. Es gibt nicht so viele russische Produkte, etwa Wodka natürlich. Es gibt Fertiggerichte, Süßwaren und so weiter aus Russland. Das ist alles nicht so wirklich das ganz große Ding. Aber das große Ding ist, dass zum Beispiel Rapsöl, Sonnenblumenöl schon Knappheit herrscht. Dass Butter teurer wird, Brot teurer wird. All diese Dinge, die mit dieser Kornkammer Ukraine und Südrussland zu tun haben. All das funktioniert ja nicht mehr. Sodass wir dann wahrscheinlich, vor allem in Europa, USA muss man sehen, wahrscheinlich zweistellige Inflationsraten sehen werden in den nächsten Monaten. Ja, und wir haben Notenbanken, die haben vorher Geld gedruckt, dass es ihnen schon zu den Ohren rausquoll. Und jetzt ist dieses viele Geld, diese viele Liquiditäten noch da. Die Produkte, die Güter aber sind das, was rar ist. Und dementsprechend trifft eine riesige Geldmenge auf sehr, sehr wenige Produkte. Und dementsprechend ist Inflation letztendlich immer auch ein monetäres Phänomen. Das Gelddrucken alleine führt nicht automatisch zur Inflation. Aber unter bestimmten Konstellationen entstehen massive Inflationen. Als Voraussetzung ist dann immer eine massiv steigende Geldmenge praktisch dafür erforderlich. Das wurde getan. Die Notenbanken haben einfach unvorsichtig agiert. Das muss man sagen. Es war immer so dieses, wir machen einfach weiter wie bisher. Es wird schon gut gehen. Wundersamerweise wird dann die Inflation irgendwie auf zwei Prozent wieder sinken. Und das können die sich jetzt so komplett abschmieren. Und das ist so dermaßen unrealistisch geworden. Dass nun faktisch diese Notenbanken komplett kastriert sind, kann man sagen. Was sollen sie denn machen? Noch weiter Geld drucken? Sollen sie jetzt die Zinsen anheben in eine sich abschwächende Wirtschaft? Also wird die Lösung wahrscheinlich die sein, dass man jetzt sagt, okay, da müssen die Staaten etwas tun. Und die wahrscheinlichste Option, das hat heute mein bayerischer Ministerpräsident Söder schon gesagt, wir machen mal ein bisschen Steuersenkung auf bestimmte Produkte. Eben zum Beispiel an der Tankstelle, dass da die Mineralölsteuer gesenkt wird oder irgendwelche Geschichten passieren. Sonst ist das für viele Unternehmen nicht mehr darstellbar, nicht mehr darstellbar für viele Konsumentenhaushalte. Und wie die City hier schreibt, ist eben Russlands Rolle zu wichtig im Commodity-Bereich, also im Rohstoffbereich, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite. Also ist das im Grunde nicht zu ersetzen, das ist praktisch nicht zu substituieren, wenn nur ganz, ganz schwer und unter sehr, sehr hohen Kosten. Also das ist letztendlich eine nicht lösbare Situation. Und deshalb hat sich Olaf Scholz wahrscheinlich heute hingestellt und hat gesagt, wir wollen jetzt erstmal hier nichts ändern an den Zuströmen von Gas und Öl. Also sprich, die Energieversorgung, die wird erstmal so weiterlaufen wie bisher. Auch der Holländer Rütte hat das gesagt, also ein Bann der russischen Energieimporte, das wäre ein Fehler. Auch Boris Johnson hat sich dementsprechend geäußert, die Amerikaner sind die einzigen, die es vielleicht machen werden, die es sich auch leisten können, es zu machen. Mal sehen, ob sie es machen, wahrscheinlich schon. Denn das Argument ist ja das, dass letztendlich diese Energieexporte Geld in die Kassen Russlands spülen. Mit diesem Geld kann dieser Krieg geführt werden. Denn es ist so, wenn jetzt normales Öl gekauft würde, was ja auch sehr schwierig ist, aber nehmen wir mal an, jede 10 Dollar, die der Ölpreis steigt, sorgt für einen Haushaltsüberschuss von 1,5 Prozent im russischen Haushalt. Dementsprechend war sozusagen der Anstieg der Ölpreise zunächst mal, wenn eben dieses russische Öl auch abgenommen wird, ist natürlich dann ein Finanzierer des Krieges. Und genau das ist so ein bisschen die Stimmung jetzt in der amerikanischen Politik. Wir können jetzt schlichtweg nicht mehr russisches Öl kaufen, amerikanisches schon, denn wir finanzieren damit indirekt den Krieg. Die Amerikaner sind letztendlich Selbstversorger energietechnisch. Wir sind das natürlich beileibe nicht. Deswegen natürlich hier eine ganz andere Situation. Und die Russen brauchen jetzt Geld, die brauchen jeden Dollar oder vielleicht auch jeden Rubel. Denn wir sehen, dass die Pleitewahrscheinlichkeit Russlands hier eingepreist in den Credit Default Swaps, also in den Kreditausfallversicherungen, jetzt immerhin bei 69 Prozent liegt. Also schon ziemlich wahrscheinlich. Und wenn wir uns die russische Wirtschaft jetzt mal anschauen, nominal, nämlich auf Dollarbasis, dann hat sich der Rubel halbiert innerhalb relativ kurzer Zeit, sodass man, wie Stephen Leesman hier sagen könnte, die russische Wirtschaft ist jetzt nur noch halb so viel wert wie vor einigen Wochen. Das sind natürlich krasse Dinge, die hier passieren. Und lange wird Russland das wahrscheinlich nicht durchstehen können. Das wird jedenfalls kein Zuckerschlecken auch. Auch Berichte zeigen, auch von wirklichen Insidern, dass oft die Russen sehr schlecht versorgt sind, dass schlichtweg Benzin fehlt, dass die russischen Soldaten dann in die Dörfer gehen und nach Nahrung suchen, weil diese ganzen Lieferketten nicht funktionieren. Diese ganze Logistik natürlich extrem komplex ist, nachdem die russische Armee ja von vier Seiten kommt und jede einzelne Stoßrichtung eine eigene Logistik braucht, die sehr, sehr komplex zu organisieren ist. Sei es drum. Jedenfalls sehen wir hier diesen Spike in Gaspreisen, der dann einen Spike auch in Strompreisen nach sich zieht. Das ist vor allem etwas, was die Unternehmen belastet, die ja praktisch mehr oder weniger Realtime-Preise zahlen. Als Konsument ist man ja meistens mit einem Einjahresvertrag versehen bei einem Energieversorger. Aber die Unternehmen, gerade die, die viel Strom verbrauchen, die sind relativ Realtime an die Strompreise gekoppelt, wenn also der Strompreis massiv steigt. Wie hier in Spanien, wie Javier Blas, der Energieexperte von Bloomberg, zeigt. Er hat so etwas noch nie erlebt, seit er 1997 in diesem Business ist, wie hier etwa die spanischen Strompreise. Und auch die Gaspreise, haben wir vorhin gehört, sind massiv gestiegen. Aber es ist jetzt über Polen, Ukraine und Nordsteam sind am Wochenende, Nordsteam 1 ist damit gemeint. Die verläuft übrigens parallel zu Nordsteam 2, die ja wahrscheinlich jetzt ein Milliardengrab sein wird. Es sind deutlich mehr Gaslieferungen gekommen als eigentlich im Februar durchschnittlich, nämlich 30 Prozent mehr. Also es wird nach wie vor geliefert und die Deutschen haben sicherlich ein Interesse, dass dem so ist. Und jetzt ist natürlich auch das Problem durch diese ganze grüne Klimapolitik, waren natürlich Investitionen und Öl und Gas überhaupt den fossilen Energieträger sehr, sehr verpönt. Zugunsten von Windkrafträdern, die natürlich hier jetzt die ganze Last tragen sollen. Aber das Problem ist ja bei Windkrafträdern, dass man die Energie nicht wirklich speichern kann. Das heißt, wenn Sturm ist, dann rotieren die Dinger so stark, dass so viel Strom da ist, dass der Strompreis ins Negative fällt. Wenn wir eine Flaute haben, dann ist nichts da und es müsse aber trotzdem eben eine Absicherungsstruktur vorgehalten werden. Also Kohle oder keine Ahnung was. Man muss also, wenn eben eine Flaute ist, muss das irgendwie substituieren. Deswegen ist diese grüne Energie eben auch so teuer, weil sie nicht autark funktioniert, sondern ich immer noch den klassischen Apparat daneben halten muss. Und das wird natürlich gerne mal oft verschwiegen. Eine ganz, ganz große Geschichte ist Weizen hier. Wir sehen, wie das explodiert. Riesiges Thema vor allem für Indonesien, für Ägypten, für nordafrikanische Länder. Für uns wird es massive Preisstärkung bedeuten. Da kann es durchaus schon an die Existenz gehen mit Hungersnöten etc. Und weil all das jetzt natürlich die Ausblicke für die Unternehmen massiv verdüstert, sehen wir, dass der DAX jetzt in einen Bärenmarkt gefallen ist. Also praktisch jetzt mindestens 20 Prozent von seinem Hoch gefallen ist. Dieses Hoch war am 5. Januar. Was war am 5. Januar? Meine Daumen und Herren. Kleines Quiz. Das FED-Protokoll, wo die Märkte das erste Mal realisiert haben, die meinen das sehr ernst bei der FED mit ihrem horkischen Gerede, mit dieser horkischen Wende, mit diesem monetären Klimawandel, der seitdem im Bewusstsein der Märkte vollkommen angekommen ist. DAX also im Bärenmarkt, während die amerikanischen Indizes sich besser halten, aber wilde Schwünge, 80 Punkte beim S&P, wie Sven Hendrick hier zeigt, da ist der S&P 500 gemeint. 80 Punkte runter, 80 Punkte rauf, 80 Punkte wieder runter. Brutale Bärenmarkt-Action. Yes, das ist Bärenmarkt-Action. Warum ist das Bärenmarkt-Action? Weil schlichtweg die Margen der Unternehmen wegbrechen werden. MSCI hat jetzt eigentlich erwartet, dass die Profite der Unternehmen von 8,3% in 2022 auf 9,9% in 2023 steigen. Aber wir haben höhere Ölpreise oder Energiepreise. Wir haben möglicherweise eine Reaktion der FED darauf. Wir haben einen stärkeren Dollar. Das belastet die US-Unternehmen auch, die multinational tätig sind. Wenn die also etwa im Euro-Raum agieren oder woanders, dann verdienen die da Euros. Das ist für die nicht so richtig toll. Und wir sehen also, dass eben hier eine Kostenbeschleunigung der Fall ist, während gleichzeitig diese Stimulusmaßnahmen eben jetzt aufgehört haben. Und das ist schlicht ungut. Und deswegen sehen wir auf breitester Front einen Anstieg der Volatilität bei Optionen am Devisenmarkt, am Anleihmarkt, an den Aktienmärkten. Denn überall sehen wir ähnliche Phänomene, wie wir sie zuletzt in der Pandemie oder im Corona-Crash gesehen haben, als ja die Dinge auch ziemlich eskalierten. Und natürlich sind wieder die Unternehmen schuld. Greedy Corporations, so hat es ja Joe Biden gesagt, die haben ja riesig hohe Profite, wie auch Elizabeth Warren von den Demokraten gesagt hat. Aber Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Da hat Friedman recht gehabt. Der Monetariste, der in anderen Dingen Unrecht gehabt hat. Aber da hat er auf jeden Fall recht. Das ist zumindest die Voraussetzung. Wie gesagt, Geldmengenausweitung alleine. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Schafft noch nicht Inflation. Da haben wir den Notenbanken gedruckt, gedruckt. Aber die Geldumlaufgeschwindigkeit ist gesunken. Und wir hatten damals noch nicht in der Form diese Lieferketten-Thematiken in der krassen Form. Aber sei es drum. Kommen wir nochmal zurück zu dieser ganzen Ukraine-Geschichte. Kreml hat heute klargemacht, okay, sofortiger Waffenstillstand. Wenn ihr die Donbass-Republiken anerkennt als Ukraine, wenn die Krim russisch bleibt. Und wenn die Ukraine sich verpflichtet, keinen Block beizutreten. Also weder NATO und wahrscheinlich ist auch gemeint, auch nicht EU. Aber die EU wiederum hat jetzt gesagt, also wir starten jetzt die Aufnahmebedingungen. Eben auch für die Ukraine, für Georgien und Moldawien. Das ist natürlich dann auch wieder ein Riesenthema. Die Frage ist, was tun jetzt? Kann der Westen sagen, okay, wir machen diesen Deal. Ihr behaltet den Donbass. Ihr habt die Krim sowieso. Damit haben wir eh nicht gerechnet, dass das wieder zurückkommt. Wenn wir ehrlich sind. Und Mithin, also die Gegenden, wo ohnehin russischsprachige Bevölkerung überwiegt. Wo auch die Beziehungen zu Russland traditionell eng sind. Die bleiben halt bei Russland. Und alles andere wird neutral. So etwa wie Finnland oder Österreich. Eben ein Staat, der weder der einen oder anderen Seite offiziell zuneigt. Das wäre eigentlich vielleicht eine Alternative. Natürlich ein übler Kompromiss, gar keine Frage. Aber bevor wir so etwas riskieren wie einen, um es mal krass zu sagen, dritten Weltkrieg, bei dem so viele Menschen sterben. Es wäre ein solcher Waffenstillstand vielleicht auch eben jetzt erst mal ein Ende des Sterbens. Und wenn ich an meine Kinder denke, dann müsste ich eigentlich sagen, ja, das fände ich eine Lösung. Zumindest bevor diese ganze Geschichte noch weiter eskaliert. Hier sprechen ja die Delegationen jetzt miteinander wieder aktuell in Belarus. Also das ist am Laufen. Aber wir sehen, dass auf der anderen Seite sich eben auch die Fronten verhärten. Und die Russen haben jetzt eine Liste gemacht von Staaten und Territorien, die sich unfreundlich verhalten, die also bei den Sanktionen dabei sind. Und China hat trotz des Ukraine-Krieges Russland als wichtigsten strategischen Partner bezeichnet. Das zeigte, was hier der Fall ist. Ja, wird jetzt, wie Sven Henrik gefragt, vielleicht dieser Krieg die Aufgabe der Notenbanken übernehmen, nämlich gar nichts zu tun. Dass also jetzt möglicherweise die Notenbank die Zinsen gar nicht so stark anheben oder gar nicht anheben. Die FED ist wohl im März doch dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass im März keine Zinsanhebung passiert, wird von den FED Fund Futures mit 5% eingepreist. Also eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit, aber doch möglich. Und wie Art Cashin hier verweist, jederzeit möglich, wenn zum Beispiel jetzt doch ein Waffenstillstand erst mal kommen würde, ohne dass da jetzt die große Lösung entsteht, aber erst mal ein Waffenstillstand, dann könnte es natürlich eine massive Rallye geben, wie es im September, 30. September 1938 der Fall war, als Chamberlain ja diese Appeasement-Politik betrieben hat, der englische Premier Peace for Odd Time, damals, pardon, ging es 3% nach oben. Also das ist jederzeit möglich, dass wir eine solche wilde Rallye sehen. Wir sind sehr stark überverkauft, gar keine Frage. Aber das ganze Surrounding, solange dieser Krieg andauert, ist miserabel. Jetzt zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse. Inflationsschock, Ukraine-Krieg als monetärer Game-Changer. Da wird nochmal gezeigt und begründet, warum die Notenbank eine Mitschuld haben. Die konnten nichts wissen, natürlich vom Ukraine-Krieg etc. Aber sie haben so unvorsichtig agiert, haben im Prinzip trockenes Holz im Wald gelassen und wenn dann ein Funke kommt, dann geht alles natürlich in Flammen auf. Und dann ein zweiter interessanter Artikel, was ein Import-Embargo für Erdgas aus Russland bedeuten würde. Hier auch unter Einbeziehung wieder mal von russischen Quellen, um das Bild ein bisschen abzurunden, um das ganze Bild zu zeigen, das wollen wir bei Finanzmarktwelt.de eben tun. Eben immer so weit es geht, das ganze Bild zu zeigen, verschiedene Facetten zu zeigen und nicht nur immer auch diesen sehr einseitigen westlichen Blick, der in den Medien teilweise eben ja auch gepusht wird. Zumindest hier weitere Bedeutungsdimensionen ins Spiel führen. Und wenn Sie sagen, okay, ich finde das gut, dann teilt doch einfach hier Beiträge oder mein Video im Netz über verschiedene soziale Netzwerke. Das würde mich sehr freuen. Das hilft Finanzmarktwelt.de und das hilft dann mir, gell? Und dafür bin ich dann auch extrem dankbar, muss ich sagen. Also die zwei Artikel unter dem Video und jetzt sage ich Servus. Ciao.